Wusstest du, dass Pasha denn noch kurz vor seinem Hype ein Kameramann für bekannte Künstler war? Mit 12 Jahren begann er bereits mit dem Rap-Mond, gründet dann mit 17 das Kollektiv Playboys Mafia mit Simba, RB und Abu Glitch. Den Track 2017 released er auf Soundcloud im selben Jahr, als er gerade einmal 16 Jahre alt ist. Und er schlägt ein. Seine Art zu Rap-Mond und seine melodischen Stellen gefallen den Leuten sehr. Doch vor seinem Hype beteiligt er sich nebenbei an der Musikvideoproduktion von Künstlern wie Yuyu, Nura und Kesper. Mit Hauseingang und Shababs Button bekommt er dann seinen Durchbruch. Fortan liefert er fast in jährlichen Zeitabständen neue absolute Mega-Hits wie Airwaves und Sommergewitter. Am 28. September droppt er mit Himmel über Berlin sein offiziell erstes Mixtape und chartet in allen drei Ländern unter den Top 10.